Hi, ich bin Alex und in diesem Video zeige ich euch, wie ihr mit dem Samsung Galaxy S6 und dem S6 Edge einen Screenshot aufnehmen könnt. Am Ende gebe ich euch noch einen Videotipp, wo ich eine Technologie vorstelle, mit der man sein Handyakku innerhalb von einer Minute vorladen kann. Wirklich interessant, aber jetzt erstmal zum Screenshot. Wir nehmen einen Screenshot auf von dieser Browser-Seite und dafür drücke ich jetzt gleichzeitig den Power-Button und den Home-Button und zwar so lange, bis hier die Animation auf den Bildschirm kommt. Und hier oben könnt ihr auch lesen, das Screenshot wird gespeichert, wir waren also erfolgreich. Jetzt will ich euch noch einen Trick zeigen, wie man auch ein Screenshot ein bisschen cooler aufnehmen kann. Und dafür machen wir jetzt einen Screenshot von diesem Ordner. Ich nehme die Handkante und wische hier einmal über den Bildschirm rüber und auch hier wurde wieder ein Screenshot gespeichert. Super, diesen Screenshot findet ihr in der Galerie. Man kommt entweder dahin, indem man die Benachrichtigungs-Seite so runterzieht und dann auf den Screenshot drückt oder man kann auch über das Menü einfach die Galerie öffnen und findet dann oben bei seinen Bildern die Screenshots, die wir gerade gemacht haben. Von hier aus könnte man sie löschen oder vielleicht auch in sozialen Netzwerken teilen, wie ihr wollt. Und jetzt blende ich euch noch ein Video ein, das ich auf dem Mobile World Congress in Barcelona gedreht habe. Dort habe ich eine Technologie vorgestellt, mit der man sein Handy-Akku innerhalb von einer Minute vorladen kann. Wirklich super interessant. Ich würde mich freuen, wenn ihr auf das Video klickt und dann kommt ihr auf unseren Hauptkanal MrHelferSyndrom und der Videolink ist auch in der Beschreibungsbox unter diesem Video zu finden. Okay, ich hoffe, dieses Video war für euch hilfreich. Ich bin Alex, bis zum nächsten Mal. Ciao.